Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rocket Legion zusammen mit Yuck. Ich hab grad den Einsatz ein bisschen verpasst aber es steht noch 0 0, es sind grad bei 10 Sekunden rum. Also rückt euch nicht auf. Ich auch. Ey, und wieder weggekickt. Ich hasse es. Oh, ja, er macht Vorlage. Aber er cleart's ja auch selber wieder. Ja, ich stand hinter dir. Oh, fuck. Sorry. Da kann ich auch nichts mehr machen. Wir haben also perfekt so weit oben gespielt, da kam ich auch nicht schnell genug nach oben. Oh oh. Oh Mann. Ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Ich wusste nicht ob ich fliegen soll. Der war so easy. Der war so easy. Ihr hättest einfach nur einen halben Meter davor stehen bleiben müssen und der wird dir aufs Dach gefallen. Aber jetzt haben wir beide einen Fehler gemacht und dadurch einen Tor kassiert. Jetzt ist er wieder ausgleich und jetzt schießen wir auch ein paar. Okay, so. Ich. Kann doch nicht wahr sein. Der war so schön. Ah. Bist du da? Bist du da? Bist du? Bist du? Oh nein. Ich häng ein bisschen im Tor ab. Der fügt rüber. Beine ausgespielt, komm schon. Ich glaube ich hätte ihn fast noch gerettet mit ihm. Ja und ich hatte leider keine Rolle mehr, sonst hätte ich ihn auch gemacht. Ja du hast ihn fast gerettet. Du hast ihn fast selber reingeschossen gerade. Ja. Habe ich nicht gerechnet. Das ist jetzt so schön spiel. Das wäre ihm so verfehlt. Der war jetzt schön. Der war richtig schön. Der war richtig schön. Schau dir an, wie ich das gemacht habe. Ich habe gesehen, dass du hinter mir bist. Dann habe ich mir gedacht, komm schon, das nutze ich jetzt so aus, dass du hinter mir bist. Zack. Also ich stand nicht wirklich hinter dir. Ja, so schräg hinten halt. Das ist ja genau da, wo du stehen musst. Dann kann ich dir die perfekten Vorlagen geben. Weil damit rechnen deine Gegner nicht. Ich habe es ja gesehen. Die haben beide auf mich gezielt. Oh fuck oh. Wach, wach, wach. Ich habe aber keinen Wissen. Ach so. Ja. Ja. Nein. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh damn it. Ah, der fährt schon direkt nach hinten. Sehr schön. Keine Ahnung, wie du den überholt hast und direkt genommen hast, aber sehr schön. Ich bin einfach, als er davor gewartet hat, vorbeigefahren. Und dann... Ja, du bist irgendwie so ganz komisch auch schräg gelandet, ne? Ja. Oh mein Gott. Sehr schön. Ja. 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 Sag mal, dass da keiner von den beiden fährt. Sorry. Ja, es steht schon wieder 2-2 und wir gehen schon wieder in die Nachspielzeit. Warte, ich krieg den rein, ich krieg den rein. Nee, du musst aber, weil ich hab nicht. Ah, fuck, ich hab ihn von der Wand nicht weggekommen. Tippi dann! Nein! Oh Mann! Nicht schon wieder nach Spielzeit! Wenn wir jetzt wieder verlieren, wegen diesem Film nach Spielzeit. Oh no's, oh no's! Also komm, den kann ich dann. Hey, hey, wir haben hier schon alles gesehen. Okay. Ich war zu weit hinten, ne? Scheiße. Ich hab ihn mal einfach noch mit nach vorne beschossen. Ja, das war gut. Lass mich wache. Ja toll, der haut mich weg. Oh. Oh oh. Ja! 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 Oh nee! Und ich hab auch noch ne Spielmacher bekommen. Ja, kein Wunder. Ich hab drei Zor und du hast mir alle drei die Vorder gemacht. Oh mein Gott! Neun! Wie viele Punkte hast du? Ja, ich hab glaub ich auch neun bekommen. Aber ich bin grad nicht ganz sicher. So, das war jetzt der erste Sieg in der Folge. Genau, du hast 1000 Punkte. Alter, krass! Genau 1000. Genau 1000. Komm, eins gewinnen wir noch. Oh, toll! Ach, wieder die? Ja. Die wollen's halt wissen. Aber ich denk, die werden nicht... Die werden nicht irgendwie aufgeben. Ne, dafür war's match zu knapp. Oh! Leck, ja. Das war so ein Glück. Oh, wieder ein Leck. Soll ich? Ja. Stimmt so. Okay, bin dabei. Ah, der ist schneller. Jetzt war aufgefallen, dass wir ganz oft in dieser Arena hier die Lecks haben. Ja. Bist du nicht. Wegen dem scheiß Graschmuscheln. Alter, ich konnte nicht mal springen grad. Jetzt hab ich Connection-Probleme. Hä, ich hab ein Ping von 28 und oben stehen Connection-Probleme. Ah! Du auch? Nein! Warum stehst du in der Gegend rum? Hä? Bin ich jetzt zum Server geflogen? Sieht fast so aus, ja? Warum stehst du in der Gegend rum? Ey, der Ball ist bei mir im Tor und es passiert einfach nichts. Tor von Catch? Ja. Also, ich hab ein Tor geschossen. Er ist im Tor. Hä, was? Bei uns. Ich bin weg. Connection timed out. Der Server hat mich gefickt, Alter. Ich hatte den Ping von 28 und bin rausgeflogen. Ich bin auch rausgegangen, ganz ehrlich. Das kann ich nicht. So, okay. Das war jetzt echt hässlich. Okay. Wie ein Match. Das war jetzt richtig hässlich. Ich bin fürs Matchmaking für 15 Minuten gesperrt. Nee, du, weil du wieder raus bist, oder? Nein, du. Ich? Warum? Ich hab Disconnect. Ich kann mal versuchen, wenn ich dich einlade. Okay, ja. Ey, Leute. Das ist ja jetzt echter Witz. Nee, ich bin fürs Matchmaking gesperrt. Ah, es geht. Also, ich kann suchen. Nice. So kann man das also austricksen, oder wie? Scheinbar. Nice, okay, dann kriegen wir doch unser Rematch. Hoffentlich kommst du jetzt mit. Ja. Das merken wir uns. Also, falls einer von uns einen Timeouts hat, der andere kann dran ziehen. Noch mensch zu. Das ist auch der Grund, warum Markus noch seinen Timeouts immer mitspielen kann. Weil ich der Gruppenleiter bin. Ja. Hat mich jetzt nicht sehr gewundert, weil Markus hat noch immer Timeouts. Warum wird der die gesperrt? Wird er garantiert auch. Oh shit. Oh man. Der war aber nicht schlecht bei ihm gespielt. Ja. Ja. Das hab ich ja geweiht mit. Oh man. Ach so. Ja. Ey, das sind zwei Veteranen, ne? Ja. Das müssen wir machen. Ja, trotzdem lieber die... Den Catch und den anderen Typen. Ohne Scheiß, was hat das jetzt? Eine versuchte Parade. Eigentlich dreh mich im Kreis. Nein. Du hast... Oh mein Gott. Ist das traurig. Das holen wir noch, ey. Sonst bin ich echt... Ja. Es sind doch erst 20 Sekunden. Ja. Ich hab schon wieder keinen Bus. Ja. Was war das? Das war eigentlich zu schnell. Und was war das? Warum spielt er den aber auch runter? Guck dir das doch an. Ey, bis her... Sind alle drei Tonkraft deine Kaffe, ne? Das heißt es schon. Komm. Der hat den Runzt angebild. Oh mein Gott. Ich hab ihn sogar fast noch bekommen. Okay, der erste ist gefehlt. Oh, der zweite spielt ihn wieder sehr hoch. Sag mal vor, dass ich jetzt wieder da war, wenn du schon wieder gefehlt hast, ey. Das ist ja das das vierte Tor auf deine Kaffe gewesen. Warum muss ich auch im Tor stehen? Ja, hab ich gespeilt. Und nicht gemacht. Ich dachte so, ich spiele ihn zu dir ganz chillig rein und in dem Moment sehe ich, dass du explodierst. Aber er hat es ja für mich gemacht. Leck. Leck, genau. Ja, wobei kann es sein. Ja. Es ist halt eine Rocket League. Kann es halt echt passieren, dass der einzelne Spieler auf einmal voll die Lecks haben. Ich schreib das auch, aber dann denk ich mir, der Gegner denkt sich jetzt bestimmt auch so, yo, bestimmt. Was zur Hölle tut der? Guck mal. Oh mein. Guck mal. Der war viel zu hoch. Der war richtig scheiße zu gännen. Ich hätte ihn noch kriegen können. Ja. Du hast ihn noch verrührt, aber ihn direkt auf die Schnauze gelegt. Ja, da passieren wir dann mal wieder richtig schön gegen würde ich sagen. Oh nein. Komm schon. Komm schon. Ich bin schon wieder für nichts da. Er hat mich weggeschubst. Er hat mich zweimal weggeschubst. Und jetzt du. Nee, ich habe ihn weggeschubst und er ist gegen dich geflogen. Okay, komm schon. Der kommt. Der kommt, der kommt. Nee, ich wollte ihn in den Winter spielen. Und ich habe gesagt, er kommt. Also will ich ihn schießen. Ich habe ihn gesprengt. Okay, ich leg ihn vor. Er ist sauer auf dich. Er ist sauer auf mich. Er schubst sogar seinen eigenen Teammate weg. Sag ich ja, sauer auf jeden. Er schubst sogar seinen eigenen Teammate weg. Sag ich ja, sauer auf jeden. Er ist sauer auf mich. Er ist sauer auf mich. Er ist sauer auf mich. Nein, theoretisch könnten wir es noch machen. Ja, natürlich können wir es noch machen. Zwei Minuten, zwei Tore. Das ist sogar ohne Problem machbar. Du musst jetzt ja konzentriert dabei bleiben. Er ist sauer auf mich. Er ist sauer auf mich. Ich bin total beim Fliegen verspunden. Boah, stand doch schon wieder hinter mir, oh come on, ich stand, ich steh wirklich nicht genau hinter dir. Ich hab grad gesehen, dass du direkt hinter mir standest, weil ich meine Kamera mich auf Rückwärtskamera gestellt hatte, wo es vollkommen ein Gegner hinter mir ist, stand so einen halben Meter hinter mir, aber das war ja okay, da hat er mir die perfekte Vorlage gegeben. So, eine Minute, ein Tor. Wir machen das dann. Ich will hier wieder ein Double Sieg haben. Na klar, dass er an dem Bekommst. Der ist für dich, mein Freund. Ja, ich hab ja schon. Ah, schade. Ja klar, er blockt mein Schuss wieder in ZG. Oh mein Gott, bist du da? Ja, aber... Du stehst im Weg. Ja, ja. Dann sag doch was, wenn ich schon frag. Und dann sag nicht Ja und trapp mich weg. Ja! Du... Sag halt bitte, ich will schießen, wenn ich schon frag. Oder ich. Oder irgendwas. Ich hab doch gesagt Ja. Bist du da? In dem Moment, wo du gegen mich gefahren bist. Nein, denk davor. Na, muss ich eigentlich fragen. Du musst selber schreien. Okay. Ich schreie ja auch immer, wenn ich schießen will. So, der war schön. Kommt schon. Natürlich bekommt der den. Kommt. 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 Ja! Ja! Wie immer. Na ja, haben wir einzig eine Niederlage, dann gehen wir jetzt mal in die Entscheidungsrunde. Ach ja, ich darf ja nicht suchen. Das hab ich jetzt auch voll vergessen. Ich war so ungewohnt, wenn ich mit dir spiele. So, Entscheidungsrunde. Und ich hoffe mal, dass wir nochmal für einen Sieg entscheiden. Bitte lass es nicht wieder dies sein. Gut. Und es sind zwei Veteranen. Okay, ich weiß nicht, der trifft. Ich hätte nicht gedacht, dass er ihn über mich drüben spielt. Ich habe aber schon wieder mit Rückglanz zu tun, du auch? Ne. Er wollte mich wegraben. So ein Arsch. Zu langsam. Weg mit dir. Ich habe den Ball geblockt. Natürlich, warum spielt der jetzt an die Wand, der Wichser? Er stand aufs Tor. Er hätte nicht gedacht, dass da ein Arsch ist. Der wollte auch schießen, aber er hat einfach gefällt. Ich schieße, ich schieße, ich schieße, ich schieße. Ja, ich bin eh nicht da. Nicht. Aber ich hole dir vielleicht noch eine Vorlage raus. Nein, tue ich nicht. Springt beschissen weg. Und der? Er hat abgefälscht. Boah, im Ernst. Boah, im Ernst. Fuck, bitte nicht. Aber, come on. Ich versuch's. Ja. Ich dachte wirklich, ich feile. Nach der schönen Clear, musstest du einfach den wachen. Oh mein Gott. Der ist viel früher hochgekackt, als ich. Oh. Yes. Unser. Ja, Brunzer. Was soll das sein? Du bist ein Brunzer, ok? Random. Ich glaub, sie meinen, dass du Glück hast. Ja. Lass mich. Ok, das lassen wir. Schön. Schön. Sehr schön. War klar, dass er den bekommt. Der war jetzt auch nicht sonderlich schwer zu bekommen. Ah no. Ah, ich bin leider nicht. Ich war leider nicht. Und ich wurde schon wieder die ganze Zeit nur rumgerammt. Ah ja, hat man da gesehen. Aber es ist nicht unmöglich. Es ist Gleichstand. Ja, aber es ist trotzdem nicht unmöglich zu gewinnen. Ja eben. Wenn Gleichstand ist, dann ist es sogar eine 50-50-Shots zu gewinnen. Ich mach. Ja, wenn das nicht mal wieder eine schöne Vorlage war. Ja. Ich bin doch über dich übergeschmolz. Knapp, 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 knapp. So, bitte lass mich den verlängern. Fuck. Ich bin nicht runtergekommen. Sorry. Weil ich finde es so geil, wenn es klappt, dass ich dir eine Vorlage gebe. Dass das jetzt die ganze Zeit probiere. Du. Ich. Ah, falsche Richtung gedreht. Sorry. Echt sorry. In der Luft verdrehe ich aber immer in die falsche Richtung. Keine Ahnung. Immer. Oh no. Boah. Was war das denn? Wie hat er den so schnell bescheuert? Keine Ahnung. Er ist eigentlich nur unten drunter gerutscht. So sah es zumindest bei mir aus. Bei mir auch. Er ist einfach Frontteil dagegen gechanpt. Okay. Ich bin richtig schlecht die Runde. Ich hab gerade einen Doppelsprung nach vorne gefailt. Um den Boost einzusammeln. Okay. Ich hab dir weggerannt. Ja, aber ich dachte nicht, dass du ihn wegkommst, sondern dass er ihn launch hieß. Dementsprechend hab ich mich hingestellt. Ah, schade. Ich konnte ihn noch ein Stück weiter leiten. Oh, 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 der kommt. Nichts. Leider auch. Auch ihn rein. Kein Boost mehr, kein Boost mehr. Da. Ja. Hast du. Leider ist er nicht. Mach ich. Ich dachte, er schießt schon vor mir. Darum hab ich versucht zu blocken, wenn ich zu schießte. Ja. Ja. Passt du. Ich warst los, aber ich hatte keinen Boost. Als du mir das fast gehalten hättest. Okay. Ah. Warum fährst du schon wieder mehr vorbei? Weil ich den ursprünglich haben wollte. Oh, ich wurde weggekickt. Dann hab ich dich auch von der Seite fahren sehen. Dann konnte ich auch nichts anderes mehr. Bitte sag, dass der... Nein, der ist nicht. Wieder weggekickt. Die Wichser. Oh, 20 Sekunden. Okay. Oh, oh. Kein Boost gehabt. Ich war leer in der Luft. Jetzt war ich leer. 9 Sekunden mit dem Tor. Mach ihn rein. Mach ihn rein. Oh, bitte geh rein, bitte geh. Schau rein. Sieben war abgezogen. Guck mal. Ich bekomm nur noch, ja. Ich bekomm auch nur noch Sieben. Weil wir jetzt schon einfach schlechter eingestuft sind. Na ja, Leute. Ich würde sagen, dass wir mal wieder den Niedern sagen. Wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Rocket Leach. Das war spannend. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschau. Tschüss.